So, er kommt da jetzt durch die Lücke. Da sind auch mehrere Infanteristen noch. Ich vermute, er fährt hier Richtung dieser Lücke. Ja, es ist exakt diese Lücke, er fährt da fast ein bisschen in der Hand, alles klar, sehr gut. Das ist immer mein Gott, wo es war, wo es war, wo es war, nicht geheißen. Das heißt, Hepp, hoch. Na komm, hoch, äh, klettern, so. Ich lege die Linie etwas weiter vor. Gut, ich überlege, ob ich noch TNT hier nebenlege. Hepp. Oh. Äh, ja. Sieht brauchbar aus. Lassen wir es mal liegen. Äh, so. Ich hoffe, es hilft was. Wir flitzen jetzt weg und, äh, gehen in den, in den Bunker hinein. Und holen uns da eventuell für den Fall der Fälle die Panzerfaust, beziehungsweise stellen uns in der Nähe der Panzerfaust auf. Bisschen flitzen. Wartet mal kurz noch. Den da markieren. Da sind auch jede Menge andere, äh, explosiven Gerätschaften, glaube ich. So. Guck mal, jetzt ist die Panzerfaust genau an der Position, an der wir sie brauchen. Fast zumindest. Ich bin mal gespannt. Na, komm schon. Oh, hallo? Ist doch so lange, ne? So ein Panzer ist so ewig langsam. Ich glaube, selbst in, in voller Geschwindigkeit sind die ja nicht wirklich schnell. Äh, pfff. Hallo. Panzerino. Ist ja jetzt nicht wahr. Komm her jetzt. Ja. Das ist, finde ich, jetzt irgendwie echt unfair gerade. Hm. Kein Panzer kommt nicht, sozusagen. Oh, was ist denn hier? Waren wir da schon? Ja. Das verwirrt mich jetzt. Wofür stelle ich denn da meine super Falle auf? Gucken wir mal, ob wir von hier was sehen. Oh. Jetzt höre ich Panzer. Alles klar. Alles klar. Toll, jetzt sehen wir es nicht wahrscheinlich. Ich versuche mal noch hinzukommen. Ah, komm schon. Okay. Hä? Nein. Was ist die falsche Lücke? Ehrlich? Oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Ja. Es war die falsche Lücke. So ein Ärger. Hä? Nee, das kann ja nicht die falsche Lücke gewesen sein. Ich hab doch... Also, wir haben den doch hier gesehen. Ja, hier sind noch die Fallen. Also, wir haben den da gesehen. Das kann nicht die falsche Lücke gewesen sein. Das ist jetzt gerade komisch, warum der nicht hochgegangen ist. Vielleicht fährt der auch unterschiedliche Wege abwechselnd. Was nur irgendwie ärgerlich wäre. Kein Panzer zu sehen. Zu hören aber. Das war jetzt eine böse Idee, stimmt. Nee, alles gut. Vielleicht fährt der wirklich immer abwechselnd. Ich hoffe es. Nicht, dass der sich jetzt unentschieden hat. Ah, ich fahr doch nicht mehr da lang. Nee, er war wieder. Löst der die nicht aus? Der löst die nicht aus oder so. Ich weiß es nicht. Oh, wie blöd. So ein Scheiß. Weißt du, da gibt man sich Mühe und legt Fallen dahin. Wir bleiben hier unten schön. Und warten jetzt nochmal auf den Panzer und hoffen, dass der hier lang fährt. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir mal gucken, warum. Müssen wir die Falle offenbar ein bisschen anders positionieren noch. Ich höre ihn schon. Sehr leise und weit weg, aber ich glaube, ich höre ihn schon. Komm, mach hin, der. Lahme Schnecke. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie so eine Stelle im Spiel, die unglaublich Zeit kostet, ne? Da ist er. Ja. Ah, er kommt nicht so weit. Er kommt tatsächlich gar nicht erst so weit. Und er fährt, glaube ich, ja, er fährt genau an den Dingern vorbei. Alles klar. Sieht nützlich aus. Ich bin jetzt nicht sicher, wo wir die Dinger besser positionieren können. Volltreffer. Wo denn? Wer hat wo was gesehen? Nein, niemand hat was gesehen. So, ich werde die Mine jetzt öffnen. Mal hier hinlegen. Oh, er kommt schon wieder. Oh, er kommt schon wieder. Glaube ich zumindest, dass er schon wieder kommt. Na. Na. Na, da hinten. Ich bin immer gespannt, auf was wir jetzt treffen. Na, na. Ja. Alles klar. Und ich glaube, er ist auch ganz kaputt. Das ist schön. Ja, blöd. Das hat jetzt noch länger gedauert, als ich gedacht habe. Schade, schade. Idee war gut, Durchführung noch nicht so ganz. Ähm... Wo sind denn jetzt die... ...entsprechenden Leute, die Angst haben? Da ist einer. So. Irgendjemand kundschaftet angeblich aus. Ich will jetzt auch nicht kaputt rennen. Irgendwie müssen wir die Genossen hier noch... Äh, nee, Genossen sind das ja gar nicht. Die Kameraden müssen wir noch irgendwie unboxen. Und ich habe noch nicht so richtig die Stelle gefunden, von der wir aus, äh, alle erwischen würden. Zumindest... ...finde ich, habe ich noch nicht die richtige Stelle gefunden. Äh... Was ist da mit dem, mit dem Boden, was heißt das immer? Ah, okay. Haben wir eigentlich noch in einer Weg, ich muss mal bleiben. Wir können auch hier lang gehen, ne? Wir markieren uns das mal als Ziel und gehen mal in die Richtung. Wenigstens ist der Panzer jetzt kaputt. Das ist ja auch was. Sorry, dass es irgendwie so lange dauert. Ich habe das Gefühl, die Missionen dauern immer irgendwie ein bisschen länger. Nach und nach. Vielleicht sind sie auch schwerer. Vielleicht kann man es darauf schieben. Nichtsdestotrotz ist das natürlich sehr langwierig, teils. Äh, kommen wir da überhaupt hoch irgendwie? Ne, hier nicht, ne? Hier kommt man vielleicht höchstens runter. In dem Gebäude ist auf jeden Fall einiges los. Oder... Um, äh, das Geschütz herum ist einiges los. Und das ist hier direkt drüber, ne? Da haben wir wieder einiges zu tun. Wenn wir die Läutchen da alle töten wollen. Und das sind auch gar nicht wenige. Es tauchen immer mehr auf. Dann haben wir das gut. Dann haben wir wieder Arbeit. So, der erste ist geradeaus auf der linken Seite. Den müssen wir irgendwie erwischen. Am besten leise. Achtung, Minen. Sehr schön. Das, äh, hat uns schon mal den Tod gebracht. Ähm. Ich speichere mal. Können wir nicht, äh, die Minen auch entschärfen rein, theoretisch? Also eine sehe ich. Das hier wird sehr nützlich sein. Jetzt muss ich auf Stolperdrähte eventuell noch achten. Schnell speichern. Da ist noch eine Mine. Könnte nützlich sein. Da hinten. Alles klar. Okay, nochmal speichern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir immer noch im Minengebiet sind. Wahrscheinlich nicht. Oh, der ist noch nicht lange. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020